mal seid ihr schnuppies na alles gut bei euch hier schon denn vor mir steht eine neue abfüllung von kill homin meiner einer meiner lieblings brennereien kill homin phino sherry major die erste abfüllung aus dem phino sherry fass interessant finde ich den hinweis 2020 edition keine ahnung ob es ein anzeichen dafür ist dass weitere folgen werden aber warum nicht phino sherry neben px und oloroso amontillado hört man auch schon mal ab und zu eher nicht so ganz bekannt in der whisky szene zumindest nicht in form von fässern in denen whisky gereift oder gefinisht wird dieser hier ist gereift in phino fässern und phino sherry ist ein ja er auf jeden fall ein trockener ein leicht salziger sherry sowie trockenste stufe eigentlich und ja abgefüllt von kill homin mit da haben wir es den üblichen 46 prozent 10.500 flaschen gibt es verrät der aufdruck und das ist auf jeden fall mal eine interessante sache wie gesagt ich mag kill homin sehr gerne und bin ich gespannt nach dem genesis den wir unlängst verkosten durften nach einem kalvatos cask dass ich mir wo ich vor nicht mehr eine flasche privat aus österreich gesorgt habe jetzt schon wieder was neues also die verwöhnen mich im moment ganz gut sehr schön typische kill homin auch ich habe auch diese leichte zitrus frische die besonders bei machia bay auffällt dazu dann aber noch weitere fruchtnoten geht so ein bisschen ins ins apfellige und irgendwie so leicht maritimen touch hat es noch man meint fast so eine meeresbrise riechen zu können so leicht jodhaltige luft die dann aber wieder eingefangen wird von von süßlichen noten da sind dann doch wieder anklinge von karamell äußerst reizvolle mischung kriegt noch so ein bisschen tiefgang jetzt nur wo er anfängt sich zu öffnen diese ganz frische fast blumige fruchtigkeit verschwindet so ein bisschen und doch eher die scherrie aromen die dann ein bisschen präsenter werden und die ganze zeit von diesem ja sehr schönen kill homin rauch umschmeichelt werden fein riecht das ich bin gespannt ob es auch fein schmeckt und versucht es einfach das ist genommen das ist rauchig kräftig rauchig schön aschig das ist aber auch dezent süß das wird hinten raus trocken das hat eine leicht maritime note und zwischendurch blitzen auch die früchte auf situs nur ganz ganz sparsam aber sowas florales was frischer grüner apfel sehr lecker faszinierend ist das wunderbar weiche milde mundgefühl der rollt dir so richtig angenehm über die zunge ganz ganz feines tröpfchen und so beim zweiten schluck fängt es an dass der rauch noch ein bisschen präsenter wird das ist so links und rechts an der zunge ein bisschen stärker britzelt und britzelt diese trockene süße wird noch ein bisschen deutlicher ist sehr schön ausbalanciert zwischen diesen rauchraum zwischen dem richtig richtig schweren torf zwischen der süße passt sehr gut für mich wieder eine bestätigung dafür genau deshalb für solche tropfen mag ich die brennerei ich habe schon abfüllungen aus dem pekscherrie fass gehabt aus dem portfass die richtig schwer und süß waren die so wärmendes mundgefühl hatten der hier ist jetzt nicht kalt aber durch die trockenheit mit dem rauch halt eine ganz andere geschmackswelt finde ich aber mindestens genauso faszinierend wenn ich sogar noch besser ist ein bisschen bisschen kantiger so in seiner gesamtheit aber sehr sehr lecker gefällt mir richtig gut probiert selbst wer auf diesem killhoman rauch steht sollte es auf jeden fall versuchen 79,90 kostet die flasche liegt damit so knapp über dem loch gorm ich würde ihn auf jeden fall vorziehen diese trockenheit zusammen mit dem mit der schweren torf note gefällt mir richtig richtig gut wenn ihr ihn bestellt viel spaß damit wenn ihr was anderes trinkt auch damit viel spaß macht das beste draus genießt es das leben ist zu kurz um schlechten whisky zu trinken in diesem sinne habt einen schönen tag und bleibt gesund wir sehen uns bald wieder das dürfen versprechen keine drohen ciao ciao